Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Bernardo. Weißt du, ich habe schon so oft über Taufe etwas gesagt. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich es getan habe. Denn Taufe ist so viel mehr, als was die meisten verstehen. Taufe verändert. Bei der Taufe geschieht etwas nicht nur symbolisch. Bei der Taufe geschieht etwas Geistliches. Und wir durften in dem letzten, ich sage jetzt mal, dreiviertel Jahr so viele Leute taufen, dass wir irgendwann aufgehört haben zu zählen. Also ich bin, ich glaube, zwischen 170, 200 Leute. Aber wir wissen auch, dass es nicht auf die Quantität ankommt. Trotzdem ist das zu sehen, dass sich etwas verändert in unserer Gegend. Und da, wo wir sind. Und das sehen nicht nur wir so, sondern das sehen wir überall. Und Taufe spielt so eine große Rolle. Warum? Guck mal, viele Menschen, die zu Christus kommen, das dauert nicht lange, das haben wir sehr, sehr oft gesehen, es dauert nicht lange, bis diese Menschen ankommen und sagen, ich habe so ein Verlangen, mich taufen zu lassen. Ich würde so gerne mich taufen lassen. Woher kommt das? Guck mal, in der Bibel sehen wir, dass sie sich unmittelbar nach der Entscheidung für Christus ließen sie sich taufen. Da kannst du in Apostelgeschichte 2 lesen, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 16, Apostelgeschichte 19 und dann geht das so weiter. Schau mal, die Apostelgeschichte zeigt die Geschichte, was damals geschah. Und etwas ganz, ganz Merkwürdiges ist geschehen. Und Jesus Christus, gestern, heute und derselben Ewigkeit, und das dürfen wir erleben. Und in der Taufe geschieht so etwas Unglaubliches, was wir menschlich mit unserem Verstand nicht verstehen. In der Taufe sterben wir mit Christus. Nein, nein, es ist nicht nur ein Symbol. Das ist nämlich das, was viele gepredigt bekommen haben. Es ist nicht nur ein Symbol. Lest Römer 6, steht das so eindeutig. Seid ihr nicht bei der Taufe gestorben mit Christus und begraben? Da steht wirklich wortwörtlich, lest es nach. Römer 6. Das ganze Kapitel unbedingt lesen. Wichtig. Da steht, seid ihr bei der Taufe nicht gestorben und begraben? Und dann steht weiter, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so auch ihr bei der Taufe in ein neues Leben. Und wir müssen gar nicht weit greifen. In einem Vers ist alles erklärt. Guck mal, da steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße? Das verstehen alle. Buße tun heißt umdrehen, umkehren, sich für Christus entscheiden. Warum bleiben wir da stehen? Warum gehen wir nicht einfach, wir lesen den Vers weiter. Da steht, und taufet sie auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung ihrer Sünde, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ich wiederhole das. Da steht, tut Buße? Und die Menschen fragten nämlich damals, das war nämlich, wo der Heilige Geist gerade ausgegossen wurde, da waren so viele Menschen. Und sie hatten so eine Kraft Gottes gesehen. Und sie fragten, was müssen wir denn tun, um gerettet zu werden? Lest das nach, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Und jetzt kommt die Antwort, was ich schon gerade gesagt habe, und ich wiederhole das. Tut Buße, kehret um, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünde. Und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Okay, jetzt ist was ganz, ganz Merkwürdiges geschehen. Schau mal, es waren nur zehn Tage her, wo Jesus noch auf dieser Erde war. Zehn Tage später waren sie ja und warteten auf den Heiligen Geist. Und dann kam der Heilige Geist auf sie. Und sie fingen an, das Wort Gottes zu predigen. Ganz, ganz viele Menschen müssen da hingekommen sein. Und ganz Großes muss da geschehen sein. Wir lesen auch einiges, was da geschehen ist, dass sie sogar dachten, dass sie da oben betrunken sind. Aber sie waren nicht betrunken, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt geschah nämlich was Merkwürdiges. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, weil ich möchte, dass du es verstehst. Sie tauften nicht auf Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oh, hier sind viele, wo wahrscheinlich viele abschalten werden. Aber weißt du, ich möchte dir was sagen. Ich möchte dich nicht verurteilen. Ich möchte auch nicht die Gemeinden verurteilen, die das machen. Denn ich glaube, das hat was mit Erkenntnis zu tun. Und sobald du diese Erkenntnis bekommst, nicht hier, sondern in deinem Herzen. Ich habe das zigmal gesehen, wenn nicht sogar hunderte Mal. Menschen, die das einmal begriffen haben, die können nicht bis Sonntag warten, sich taufen zu lassen. Die rufen an, die kontaktieren uns, die sagen, ich möchte noch heute getauft werden. Jetzt habe ich es verstanden, was es heißt, auf Jesus Christus getauft werden. So, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage. Warum haben die Jünger, die Jesus in den Himmelfahren gesehen haben, zehn Tage vorher und die letzten Worte, die Jesus sagte, warum haben sie es anders gemacht, als das, was Jesus gesagt hat? Ja, was hat Jesus dann gesagt? Das liest du Matthäus, am Ende von Matthäus, ich glaube es ist 29, Kapitel 29 irgendwo. Ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen, aber da steht, geht in alle Welt, predigt das Evangelium und da steht da, taufet sie im Namen des Vaters, Jesus sagt das, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Klare Antwort, hingehen und tun. Jetzt hören die Jünger das, die Jünger selber haben es sogar aufgeschrieben. Matthäus, glaube ich, ja Matthäus hat das aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob die Markus und Lukas auch, aber auf jeden Fall Matthäus hat das aufgeschrieben. Sie waren Augenzeugen, sie waren Ohrzeugen und gingen trotzdem hin, zehn Tage später und taufte nicht mehr auf Vater, Sohn und Heiliger Geist, sondern auf Jesus Christus. Warum? Warum? Ich glaube, ich weiß. Eine Vermutung, die ich habe und das ist meine Erkenntnisstand, ist, als der Heilige Geist kam, denn der Heilige Geist, Jesus sagt, er wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen, er wird euch leiten, er wird die Schrift euch öffnen, er wird euch in die Wahrheit führen. Warum hat Jesus sie nicht in die Wahrheit geführt? Gute Frage. Er hat sie in die Wahrheit geführt, aber der Heilige Geist war dafür da, er kam, erfüllte sie und in diesem Moment hatten sie verstanden, was wir auch in Römer, glaube ich, lesen und Korinther irgendwo, kannst du einfach googeln, ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen, da steht, und alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus. Also was taten sie? Sie ließen oder sie tauften die Menschen auf Jesus Christus. Warum? Weil sie hatten verstanden, Jesus Christus war derjenige, der gestorben war, der begraben wurde und der Neue auch verstanden ist. Aha, was geschieht in der Taufe? Ein Sterben deines Geistes, deines alten Lebens. Ein Begraben unter dem Wasser. Wir, nicht nur ein bisschen Erde tun wir drauf bei jemand, der gestorben ist, ja, sondern wir schütten komplett Erde drüber. Aber dann geschieht etwas, der bleibt nicht da drin. So was Gewaltiges geschah. Und Jesus stand auf von den Toten und lebte. Und er sagt, so auch ihr. Das lesen wir in Römer 6, ich wiederhole das. Und so standen sie auf, also nach der Taufe, in ein neues Leben. Und der Geist war neu. Alte war im Wasser geblieben, in diesem Grab will ich das mal nennen. Und sie standen neu auf und lebten mit Christus. Und jetzt waren sie auf seinen Tod gestorben, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Deshalb auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Du liest ab diesem Tag, wo der Heilige Geist gekommen ist, niemals mehr in der Bibel, dass sie auf Vater, Sohn und Heiliger Geist getauft haben. Deswegen haben wir einfach diese Erkenntnis bekommen durch Gnade. Und ich sage euch etwas, das war ein Kampf für mich, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und als ich mit Deutschlandbuch Jesus angefangen habe, war das eine meiner ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, auf den Namen des Herrn Jesus Christus zu taufen. Nochmal, ich verurteile die anderen nicht. Gott, ich bin auch sicher, dass viele in den Himmel sein werden, die nicht mal getauft sind. Was? Jetzt werden einige sagen, das kann nicht sein. Doch, doch, das hat was mit der Erkenntnis zu tun. Aber sobald du das erkennst, weil wir brauchen diese Taufe, um hier auf dieser Erde in einem neuen Leben zu wandeln. Oh, das ist so groß, so gewaltig. So, ich komme nochmal zurück. Sie tauften auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Nochmal Apostelgeschichte 2, 38. Tut Buße, erster Punkt. Zweiter Punkt, lasst euch taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und dritter Punkt, so werdet ihr, das ist eine Verheißung jetzt, und ein Fakt Gottes, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und in der Taufe geschieht immer das Gleiche. Wenn wir taufen, wir erleben manchmal, dass Dämonen sich manifestieren, weil sie in diesem, sie können nicht mehr leben da drin, es geht nicht mehr. Manche passiert gar nichts. Manche spüren so eine Kraft Gottes, die durch ihn geht. Manche werden gesund. Manche spüren gar nichts. Ich habe zum Beispiel mich auf Jesus Christus taufen lassen. Im Jahr 2015, glaube ich, war das. Oder 14. Irgendwo in dem Dreh. Ich glaube 15. Bin nicht so gut in diese Jahreszahl mir zu merken. Aber auf jeden Fall, das war eine Erkenntnis. Ich brauche es. Ich brauche es. Und ich habe dann gesucht, wer macht das? Und dann habe ich einen Toni Lolo gefunden. Mit dem habe ich auch ein paar Videos gemacht. Und der hatte mich damals getauft. Und ich sage euch, ich kam aus dem Wasser. Ich habe nichts gespürt. Aber mit das, womit ich gar nicht gerechnet habe, geschah. Und zwar, ich wusste einmal, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass mein Name im Lebensbuch geschrieben steht. Das war so gewaltig. Mein Name steht im Lebensbuch. Und ich war so überwältigt, weil ich hatte immer diesen leichten Zweifel. Steht mein Name wirklich im Lebensbuch? Und da kam eine Gewissheit über mich. Es war überwältigend. Und dann haben wir gesehen, dass, also als ich angefangen habe, diese Menschen zu taufen, sind gewaltige Sachen passiert. Manche sind aus dem Wasser gekommen und konnten plötzlich von dunkel auf hell sehen. Andere sind gesund geworden. Und andere haben nichts gespürt. Manche rufen mich nach drei Monaten an oder uns und kontaktieren uns und sagen, jetzt ist es geschehen. Das ist, das, also was will ich damit sagen? In der Taufe geschieht immer das Gleiche, ob du es fühlst oder nicht. In der Taufe geschieht ein Sterben, ein Begraben werden und mit Christus neu auferstehen. So, jetzt möchte ich dich an eine Bibelstelle und eine Geschichte erinnern, wenn du immer noch sagst, nee, 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 die haben nicht auf Jesus Christus getauft. Eine Geschichte, Apostelgeschichte 19. Es wäre gut, wenn du es nachliest. Da reist der Apostel Paulus durch die Gegend und mit einem anderen Bruder zusammen und sie reisen durch die Gegend und finden Jünger. So steht da geschrieben. Sie fanden Jünger. Die erste Frage, die Paulus fragte, sehr, sehr interessant. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet an Jesus Christus? Und sie haben gesagt, wir haben noch nie von einem Heiligen Geist gehört. Damals war es nicht wie YouTube und Facebook und die haben alles gehört. Und er sagt, worauf? Guck mal, er versucht sofort die Ursache zu finden. Warum habt ihr nicht den Heiligen Geist? Er sagt, worauf seid ihr denn getauft worden? Und sie sagen, auf die Taufe des Johannes. Denn Johannes hat ja auch getauft zur Buße, ja? Aber Jesus war noch nicht gestorben und begraben. Ah, sie konnten damals noch gar nicht mit Jesus Christus sterben, begraben werden und neu auferstehen. Und dann sagt er, guck mal, ihr müsst auf Jesus Christus getauft werden. Er hat das ihnen erklärt. Und alle zwölf, da steht ganz klar geschrieben, da waren zwölf Leute. Alle zwölf ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und dann geschah etwas Interessantes. Und als Petrus, äh, Petrus war das, nein, Paulus, das war ja Paulus. Als Paulus die Hände auf sie legte, fiel der Heilige Geist auf alle, die da waren. Zwölf mal. Guck mal, interessant. Alle haben das Gleiche erlebt. Und ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht dich bei uns hast taufen lassen und du hast noch nicht dieses gespürt, was man vielleicht, baue nicht auf Gefühle. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Du weißt, was in der Taufe geschehen ist. Wenn du in der Taufe vieles erlebt hast und nach der Taufe, fange an davon Zeugen. Sei ein Zeuge Jesu Christi. Denn das verändert Menschen. Und sie werden sich auch taufen lassen. Was wir jetzt sehen, ist eine super Erweckung, von der wir immer geträumt haben. Aber die Erweckung haben wir gedacht, die müssen wir herbei beten. Aber wir haben festgestellt, die Erweckung beginnt dann, wenn wir anfangen zu gehen. Mein erster Fall war einmal in Braunschweig auf der Straße. Nachdem ich für jemand gebetet hatte und die Buße getan habe, mitten auf der Straße, drehte sie sich um. Und wer in Braunschweig mal gewesen ist, der weiß das vielleicht. Da ist mitten in der Stadt ein Brunnen mit Wasser drin. Und sie drehte sich so um und sagte, da ist Wasser. Was hindert's? Du taufst mich. Mein erster Gedanke war, wie soll ich taufen? Ich bin keine Gemeinde, Pastor. Ich weiß nicht mehr meinen genauen Gedankengang. Fakt ist aber, das ist ein Bibelfest, den sie zitiert hat. Einmal als Philippus und der Finanzminister. Auch eine Geschichte, die man nachlesen kann. Ich glaube, Apostelgeschichte 16. Irgendwo in Apostelgeschichte. Einfach auch googeln, der Finanzminister und Philippus. Sie fahren auf einem Wagen. Und Philippus erklärt dem Finanzminister, was das Wort Gottes ist, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist. Und während sie so fahren, auf einmal sagt er, da ist Wasser. Was hindert's? Du taufst mich. Und dann taufte er ihn da. War da eine Gemeinde? Nein. Es war kein Gemeindefest. Es waren keine Leute da. Es waren zwei Mann da. Und er taufte. Und dann heißt es, als er getauft hatte, er zog seine Straße fröhlich. Kannst alles nachlesen. Und dann, als diese Frau mir das gesagt hat, habe ich gedacht, wow. Und habe sie dann getauft auf Jesus Christus. Sie stand auf, hat sich bedankt und ist jede Straße fröhlich gezogen. Und ich war damals so überwältigt davon. Und seitdem habe ich angefangen, auf Jesus Christus zu taufen. Das war meine erste Taufe, die ich gemacht habe. Und ich sehe solche Veränderungen. Ich sehe, wie Menschen verändert werden. Und manche, guckt euch das Zeugnis an, das können wir hier einblenden. Hier oder da. Von Ariane und André. Die Veränderung, die in deren Leben stattgefunden hat. Gewaltig. Und so haben wir so viele Zeugnisse, was Menschen erleben. Und wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann will ich jetzt auch das gleiche fragen, was Apostel Paulus gefragt hat. Hast du den Heiligen Geist bekommen, als du gläubig wurdest? Wenn du sagst, nein, dann will ich fragen, worauf bist du dann getauft worden? Und schau mal, nochmal zurück. Jesus sagte, taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vater ist kein Name. Sag mir den Namen des Vaters. Sohn, ja, aber ist auch kein Name. Sohn ist kein Name. Sondern er heißt ja Jesus. Aber Vater ist kein Name, Sohn ist kein Name und Heiliger Geist ist auch kein Name. Ja, was ist das denn? Der Heilige Geist hat das offenbart. Jesus Christus. Jesus Christus wurde Mensch. Er starb. Er wurde begraben. Und er wurde neu auferweckt. Und er lebt. Und so könnte ich das weiterführen und weiterführen und weiterführen. Eine andere Stelle, ich denke, das ist Apostelgeschichte 10, wo Cornelius war ein Heide. Und damals dachten die Apostel, Petrus auch, er dachte, dass das nur für die Juden war. Aber er wurde eines Besseren belehrt. Und während er, da heißt es so, während er ging dahin zu Cornelius und Petrus Evangelium. Und während er noch sprach, redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die da waren in diesem Haus. Und als sie sahen, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, da steht die Antwort, woher konnten sie das wissen? Denn sie redeten in Zungen. Das war, das lesen wir durch die ganze Apostelgeschichte, das können wir nicht rausnehmen. Aber ich möchte heute nicht auf das Thema zu sprechen kommen, sondern einfach nur. Und der Heilige Geist fiel auf alle, die da waren. Und dann sagte Petrus, was ganz toll ist. Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Egal. Er kam auf was ganz und er sagte, warum würden wir das Wasser verwehren für die, wo auch der Heilige Geist, auf denen der Heilige Geist gekommen ist? Also er hatte plötzlich verstanden, der Heilige Geist war auf die Heiden gekommen. Warum sollen sie nicht getauft werden? Und dann heißt es, sie ließen sich taufen. Und wenn ich nochmal dahin gehen kann, einfach und möchte dich erinnern, immer wenn sie zu Christus kamen, wurden sie unmittelbar danach getauft. Paulus, er war ja früher Saulus, als er Jesus Christus angenommen hatte, ließ er sich taufen. Wir lesen das überall. Und nochmal möchte ich dich erinnern an Römer 6. Und der Zugang zum Himmel wird uns da geöffnet. Auch in Epheser 1 kannst du es lesen, was das alles heißt. Aber in Römer 6, da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen. Lese Römer 6. Das gibt es nicht. Jetzt aber. In Römer 6, und darauf möchte ich einfach nochmal, da möchte ich darauf hinweisen, dass du dir Römer 6 nimmst und Römer 6 liest. Denn da steht so eindeutig, worauf seid ihr denn getauft? Und er sagt, seid ihr nicht in Christus getauft, indem ihr auf seinen Namen getauft seid, auf Jesus Christus? Und ihr seid gestorben und begraben und neu auferstanden? Ich möchte dich heute ermutigen. Das ist, was ich eigentlich will. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, dann treffe diese Entscheidung. Fange an zu sagen, Gott, ich möchte nichts als die Wahrheit und nur die Wahrheit. Heiliger Geist, leite mich in die Wahrheit, was Taufe wirklich bedeutet. Und fange an, selber zu lesen. Und das Wort Gottes und der Heilige Geist, wenn du dich öffnest, wird dir genau zeigen, was Taufe ist. Und du wirst kaum warten können, um dich taufen zu lassen. Bist du getauft worden, fange an zu zeugen und bezeugen, was nach der Taufe geschehen ist. Und ich sage euch, es ist schön, ach so, das wollte ich noch kurz sagen. Wir sehen die Erweckung, die ist im vollen Gange. Ich ermutige immer wieder die Leute, die ich getauft habe, dass sie auch weiter taufen. Und jetzt höre ich, hier wird einer getauft, der besorgt sich eine Regentonne. Hier wird ein anderer getauft, zum Beispiel am Samstag gibt es eine Taufe, wo ich auch eingeladen bin. Die wollen einfach das einmal mit mir zusammen machen. Dann höre ich immer wieder, es haben sich ein paar Leute bei uns angemeldet, jemand anders, die wollen sich taufen lassen. Und gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir vielleicht nicht so zusammenkommen dürfen, da ist das so schön, dass wir einfach Leute haben, die sich anmelden können und taufen können. Auch woanders. Und weißt du, ich möchte dir noch was sagen. Es kommt nicht darauf an, wer dich tauft. Also, dass ich das machen muss. Sondern es kommt darauf an, dass du einfach in deinem Herzenseinstellung weißt, was Taufe wirklich und was da geschieht. Ich würde dich aber empfehlen, jemanden zu suchen, der auf den Namen des Herrn Jesus Christus tauft. Der auch auf Jesus Christus getauft ist. Aber, wie gesagt, ich verurteile das nicht, denn die Erkenntnis muss einfach da sein. Und wenn die da ist, das ist gewaltig, gewaltig. Okay, hier will ich das dabei belassen. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Wir haben eine App, die hat unser lieber Bruder Gregor programmiert. Die ist schlicht und einfach aufgebaut. Und da haben wir die Hausgemeinden. Und da könnt ihr einfach die Hausgemeinde kontaktieren, die in eurer Nähe ist und nach Taufe fragen. Die meisten bieten Taufe an. Manchmal sieht man auch, dass die Veranstaltungen schon extra anbieten. Ansonsten einfach kurz schreiben und du kannst getauft werden. Wir werden in Zukunft auch jeden Sonntag taufen. Also wir haben jetzt regelmäßig, ich glaube in den letzten neun, oder vielleicht sind es schon sogar zehn Monate, neun, weiß ich nicht genau, haben wir vielleicht zwei Sonntage, drei Sonntage, wo wir keine Taufe hatten. Sonst waren wir immer ausgebucht, was Taufe angeht. Wir loben und preisen Gott und wir danken ihm dafür. Aber wir werden auch größere Veranstaltungen machen draußen in Open Air jetzt im Sommer, wo keiner eine Maske haben braucht, sondern nur der Abstand muss ein bisschen passen. Nicht nur ein bisschen, sondern gut passen, weil wir auch zwischendurch die Polizei und das Ordnungsamt da haben und zuschauen. Wir hatten bei der letzten Taufe, haben die komplett zugeschaut die ganze Zeit. Aber da können wir offen Gottesdienst haben und da werden wir große Taufen am Fluss anbieten. So, melde dich bei uns. Und wir freuen uns, dass du dich für diesen Schritt entscheidest und dann, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und dann den Weg fröhlich ziehst. Jetzt wünsche ich dir alles Gute und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.